Zieht Meghans Schwester in Container? Immer wieder sucht die US-Amerikanerin – die Öffentlichkeit wetterte zuletzt sogar, sei schuld am schlechten Gesundheitszustand ihres gemeinsamen Vaters. . Kein Wunder, wie der Mai berichtet, trägt die kommende Staffel das Motto »Das Auge des Sturms«. Teilnehmen sollen dem entsprechend lauter Promis, die zuletzt mit öffentlichen Streitereien für Aufsehen gesorgt haben. . Wer könnte da also für bessere Einschaltquoten sorgen als streitlustige Schwester? Dass sie es genießt, ihre Ansichten im Fernsehen breitzutreten, beweist die Drehbuchautorin schließlich immer wieder und dingelt seit der Verlobung ihrer jüngeren Schwester mit dem englischen Prinzen durch sämtliche Morningshows im Ausland. . Wer sich ihre Haschdiraden im Falle des Falls 24-7 anhören muss, ist ebenfalls noch unklar. Im Gespräch sollen aber unter anderem Star, 27, und Model, 20, sein. .